hallo und herzlich willkommen zu minecraft sky so led ich habe angst der rollefram kommt auf mich zu ja okay komm stech mich doch nein das bringt sowieso nichts hier da musst du direkt beim beim altar sein und wenn du direkt beim altar bist du ein one hit wieso weil es so ist okay dann lassen wir das lieber ja ich habe immer noch so meine probleme mit homecraft also tempester habe ich noch nicht wenn ich mich recht in gesundheit ja danke dem peter das war doch luft wasser wenn ich mich recht entsinne wollen wir es denn tempester ich versuche es nein ich gucke erst noch blut für den blut gott blut für den blut gott blut für den blut gott komisch vielleicht schaffe ich es ja auch zu einer wolke zu fliegen dann könnte ich glaube ich auch mit scannen bekommen wer weiß ich gehe ich auf den turm wenn ich oben dann keinen saft mehr habt dann sterbe ich finde ich runterfalle ich kann ja auch hochfliegen den jetpack holen in jeder laden und die dann dringend zur not du musst ja nicht sterben wenn wie wollen wir das denn bewerkstelligen hä wie wollen wir das bewerkstelligen wenn ich auch fliege in den wolken fliege meine ich ja du kannst auf den wolken gehen wie das geht das habe ich noch nie ausprobiert normalerweise ja normalerweise fällst du nur also fällst halt in der wolke oben rein aber du fällst nur nach unten bis auf die letzte schicht und auf der letzten schicht kannst du gehen das ist ja witzig ich versuche alle angaben wie immer ungefähr ich habe zwar gerade den aspekt schon bekommen aber ich versuche es einfach mal ich will jetzt in die wolken aber lad vorher den jetpack ja will ich ja dabei so jetzt nicht benutzen nur gehen muss dann ja auch den turm gleich noch reparieren weil der baum den turm gesprengt hat was ist der baum hat den turm gesprengt man glaubt es nicht man glaubt es nicht wie geht das denn naja gut also ich habe schon oft parkett verlegt was dann auch wände gesprengt hat also holz ist stärker also stein so reißt man also häuser ab holz ist stärker als stein einfach nur parkett press verlegen und dann warten ja der rest macht die zeit genau so ich bin oben auf dem turm ich glaube ich könnte es schaffen in der ganzen ladung ja locker ich bin ja dann können wir hier abreißen mir war so als ob ich wolken scannen könnte aber kann ich doch nicht oder sind das aber du kannst noch laufen oder es sind ja noch andere wolken oben vielleicht versuche ich es mal bei denen ach echt sind mehrere arten von wolken ja das ist ja einmal nur so ein block oben hier oder was ist das ist das sind das wirklich ja das sind andere würden seit wann kann man wolken abbauen ach das sind die natura wolken ich baue wolken also die natura wolken kann man eigentlich schon immer abbauen das ist ja witzig die kenne ich gar nicht ich kenne ja auch die mod gar nicht so gut damit wir ein paar wolken im inventar haben ja so jetzt rechnet das wolken jetzt jetzt sollte hier der große moment gleich gekommen sein füllen wir das ding mal auf ups falsche taste sacrificial so light and fluffy saves you when you fall ach das ist ja interessant und was kann ich da noch mitmachen gar nichts oh ich könnte mal noch mal nach meinem bienchen kommen wenn ich da gar nichts mitmachen kann so ich mache jetzt erstmal einen körper kannst du auf den wolken laufen ja ich möchte das auf 10 auf den natura wolken ja da ist okay das kommt mal raus das kommt mal raus das kommt mal raus das kommt auch raus der kleine brenner kreis und haue sleep binger so schnell kommen wir wieder runter brunner kommt mal innen oh jetzt habe ich jetzt habe ich ja doch ach so hatte ich doch noch keinen fans geld gescannt das ist ja interessant crafting station saugut ich versuche es mal mit dem ender auge müsste eigentlich auch gehen da in der auge wegschmeiße und es gerne wegschmeiße und es gerne ja siehst du er jenes sehr geil stone stairs habe ich auch noch nicht gut das bringt jetzt nicht so viel hier annimmt ach so das ist von micropop 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 ok warum kann ich das nicht nothing can be learned from this ok aber zombie hat müsste gehen ja so und jetzt werde ich mal die auge auf und ausgehen na toll die hat ja nur wasser und perdizio ja aber da könnten wir vielleicht bei den anderen auch mal noch scannen gehen ja das stimmt ich habe ja schon oder an ihm muss jetzt auf der mittleren insel sind da nicht auch welche ich bin mir nicht sicher ich bin mir nicht sicher also gut dann gucke ich mal ob ich das ob ich jetzt in die richtung weiterkomme in die ich möchte also wenn ich mich recht entsinne brauche ich die googles dafür ich kann sie noch nicht machen google mal die googles vielleicht komme ich auch weiter wenn ich die kaufe da fehlen mir fünf motos moto moto panos fehlt mir auch noch komplett oder was du bist doch gerade genug habe ich denn noch keine wolle gescannt frag mich doch nicht so sachen kinzi frag mich mal was was ich weiß auf jeden fall mal eine nette abwechslung ne ist ja langweilig die maschinen ah ja ich kann die maschinen jetzt anfangs zu scannen sehr geil ja dann hast du jetzt mal ein bisschen was zu tun ja und da kriege ich auch ganz ganz viele punkte durch ok Carpenter geht nicht Magma Crusher geht also die Termal Expansion und Mine Factory Reloaded Maschinen gehen Pulverizer habe ich schon Hoppa habe ich noch nicht Hoppa Hoppa Heifer er hat sogar hier Tausch mit drin ich weiß gar nicht wie der Aspekt richtig heißt Extra Utilities geht ja auch cool was haben wir auf anderen Seite kommen es geht ja fast alle Skinzipfel hmmm Leadstone Energy Cell ja wir haben schon wieder ein Ei du kannst Eier scannen davon haben wir auch genug äh ich soll deine Eier scannen jetzt wirst du mir aber komisch oh yeah baby jetzt wirst du komisch dann nimm dich ne ne Tinkers Construct geht nichts von geht dann nimm dich halt nicht crucible auch nicht und was ist das Tinker Steelworks geht auch nicht glas habe ich auch kurz kann ich noch äh jungle au hier cacao beans und jungle what habe ich die wird gescannt und die Stained Clay Stained Clay geht nicht okay dann Sugar Canes da müsste ich noch ein was kriege ich nicht warum kriege ich da kein Hohl von Lillipad Biii Wines 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 ging glaube ich nicht doch geht auch ein herber Wines ist ein Drecksloch meins auch Hahahaha mhm mhm wie flach Horse ich kann Horse noch nicht machen zieh dir mal das Pferd rein was ich grade scanne wir haben abgehen ja siehst du das ja immer wenn ich versuche zu scannen macht es das das ist voll geil haha cool so einfach kann man den Kinsey befriedigen ah ich kann jetzt kann ich es scannen auf einmal seltsam Flower geht auch schon es geht schon so viel aber irgendwie oh Pams Harvest es geht auch sehr geil sehr geil ja ja das ist gut ein Kaktus hab ich auch noch nicht wenn du gleich Zeit hast kannst du noch auf Blutspenden kommen ein letztes mal wenn alles klappt hab nämlich hier 40.000 Blutessenz das müsste eigentlich reichen mal eben was essen wir könnten ja auch uns ja auch mal heransetzen und vernünftiges Essen machen dann müssten wir nicht immer so lange frätzen ja chill dickra chill dickra sagt er ich hab immer noch kein Anvil gemacht brauchst du mein Blut? ne ja dein Blut komm hier hin komm hier hin ich brauch nur mein Blut mehr will er gar nicht von mir haben wir haben nochmal ein Quest zum abschließen achso das ist dann die Quest ok na komm open hier ja das halbe Herz kannst du ja dann mir geben dann setz ich das direkt zusammen hier zack nein nicht hier nicht hier du musst an den ich dachte das geht in den Orb nein ah ok dann gibt's mir nochmal ja zwei kann ich machen was glaubst du denn warum ich die ganze Zeit hier stehe ich dachte weil du es so toll hier findest doch komm gib doch mal her hab ich achso hab ich den wieder eingesammelt das tut mir natürlich leid ja 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 pappalapap so voll ist er Pappalap rappelle so wie der Nutoka ich Fresse Vollidiot mergst du was ich merk gar nichts mehr ich bin schmerzfrei alles ruhig keiner lacht ンヤンzi hat nen Witz gemacht aha jaало ein Reim ein Reim Heureka hatten wir ja heute noch keine nicht so was du am letzten Mal ein verzauberndes Buch Oh ja, geil! Zauber, zauber! So, dann mach ich mal ein Anvil. Zack, 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 zack. Hast du eigentlich mal einen Aufzug jetzt hier gebaut? Hast du ja nur einen Steak? Äh, nein, auch noch nicht, auch noch nicht. Aber ich hab schon... Du doof, Kopf. Aber ich hab keine Wolle, ne? Block of Iron, so, äh, so... Warte mal, wie ging der denn jetzt nochmal? Der war doch ganz einfach, oder? Ein Block of Iron ist einfach überall ein Iron-Ingard. Ja, ich... ja. Ich mein doch den Anvil. Ach, hey. Ich hab schon ewig keinen Anvil mehr gemacht. Ja, oben drei Blöcke und unten halt, also der Rest Eisen. Und dann halt in Ambos-Form. Ja, stimmt. Es gibt hier sogar einen anderen Anvil, Blacksmith-Anvil. Aha. Der wär vielleicht interessanter. Vielleicht kann er nicht kaputt gehen. Hm... Brick Construction Block aus Marie Kulture. Und Burnt Brick. Und Nether Brick. Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall aufwendiger. Das ist auf jeden Fall... Ja, aber... Nicht wirklich. Burnt Brickson. Diesen Wart, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Den müssen wir sowieso mal bauen. Der ist eigentlich ganz cool. Das ist quasi wie eine kleine Schmelze. Aha. Praktisch. Ich find ihn aber nicht. Hm. Ach da. Doch, ich hab ihn gefunden. Jetzt versuche ich den nächsten Orps. Ich mach mir aber jetzt erstmal einen normalen Anvil. Ups. Schon geschehen. So. Das Block of Iron wieder weg. Ach ne. Wir wollten ja Ingots belassen. Obwohl. Nö. Quatsch. Ist eigentlich Blödsinn. Anvil. Anvil. Wupp. Ich pack den passenderweise zu Schmelze. Nein. Es reicht nicht. Was ne Kacke. Das fließt zu langsam nach. Das ist dumm. Dann musst du die schnellen Leitungen nehmen. Oder gibst du die für Item Dupts? Müsste ich mal schauen. Das ist ärgerlich. Hä? Ja. Gibt's nur für Item Dupts? Oh nein. Ich kann das nicht. Das ist ärgerlich. Hä? Auf. Tinkers Construct. Dinger machen. Ich muss mir eine normale. Ich muss mir eine. Sag schon. Eine Diamant Pickaxe machen. Damit ich Silkash habe. Naher auf. Auf so rum zu backen. Äh. Diamanten haben wir keine. Wie lange haben wir denn schon keine? Achso. Ja. Da müssten wir auch noch einige haben. 23. Ja. Wir sollten mal wieder Gravel sehen. Ja. Ich mach den Schalter an. Oh. Gravel wird gesiebt. Sehr schön. Ach geil. Einfach nur den Schalter umgelegt. Okay. Ja. Ich mach. Und am Anfang die ganze Zeit. Und ne. Gravel sehen. Wieder 10 Folgen brauchen. Das waren noch Zeiten. Ewigkeiten her. Äonen her. So. Jetzt aber. Diamond Pick. Auch nicht. Mach ich was falsch? Ja. Ich hab hier ein verzaubertes Buch. Bring. Bring goldener Apfel. Auch Regeneration. Ja. Ja. Nur Regeneration. Sonst nicht. Jetzt hab ich mir extra ne Pickaxe gemacht. Und jetzt funktioniert das nicht. Oder was. Warum funktioniert das nicht? Ach. Ist das Buch. Selbst verzaubert. Sodass wenn ich mit dem Buch auf etwas haue. Ich den Block. Nein. Das glaub ich aber fast nicht. Kannst du dich an das Boot erinnern? Okay. Hey. Ein Boot mit Feather Falling ist auf jeden Fall sehr sehr wertvoll. Ja. Nein. Geht nicht. Okay. Das war der falsche. Ja. Gedanke. Ah der Kinsey hat schon wieder die Rezepte hier nicht geräumt. Volle Schwein. Rezepte? Ja du hast Rezepte benutzt und hast sie wieder mal nicht leer geräumt nachdem du gecraftet hast. Ey seit wann hat denn unser Golem hier ein... Ach ne das ist gar kein Stirnband. Ich kann ausgehen als hätte er ein Stirnband an. Unser Golem ist Ninja geworden. Oh. Ich sah ein Ninja. Ich brauch noch mehr Wolle. Boah Alter das läuft ja ultra langsam da rein. So ne Kacke. Genau ist in die System Zombie Brain im System. Ach ne. Ja doch. Kann ja jetzt alles ins System oder? Ist es sehr schwer neue Festplatten zu machen? Oh das geht. Kriege ich aber auf jeden Fall hin. Okay. Dann bin ich mal freizügiger mit meinen Sachen die ich da reinpacke. Potion. Ich packe jetzt die ähm. Oh Fire Resistance ist das. Und Invisibility. Potion Plask. Ja alles klar. So ich geh mal scheren. Du gehst scheren? Ja du wolltest ja gerne einen Teleporter haben. Den mach ich mal. Nur für dich. Nur für dich. Yay. Wolltest doch selber einen haben. bezieh guck jegslapper. Iw友öhne schlapp. Nee. Vielen he. Wie lustig ist das. Ich glaube die Schafe haben durch den Zaun gefögelt. Oh geil. Weil wir haben graue Schafe. ich habe ich dann jetzt 19 ist auch 8 ja alles klar jetzt brauchst du noch einen schalter so ein elevator noch ein elevator möchtest du auch zwei elevator haben für irgendwas nö eigentlich nicht okay so wo passt den dann mal hin ins eck oder in die mitte in der mitte möchte ich nicht mache einfach ja genau ich mache einfach noch ein stockwerk oben dann kann ich trotzdem wie heißt das ding eigentlich noch mal die runen matrix in die mitte setzen die runen matrix und ladida ich weiß jetzt gar nicht was ich mit dem silk touch buch machen soll kann man das nicht auch irgendwie wieder extrahieren keine ahnung warum funktioniert der elevator nicht dann musst du doch das ist doch groß zwei ich habe zwei so ein und ein oben daran kann ich es dir nicht sagen ich versuche es mal von unten ich habe ja jetpack ich kann ja auch springen elevator funktioniert nicht kann es sein dass seine maximal höhe hat der hat eine maximal höhe ja ich glaube schon aber die müsste um einiges höher sein als das da ich versuche es mal ich weiß gar nicht ob ich mit der hand abbauen kann ich hoffe es doch noch mal müsste es aber gehen also in der kiste draußen waren viele alle wundert mich allerdings auch wundert mich allerdings auch dann dann ein noch wir haben ja noch ein paar augen oder also in der kiste draußen waren viele alle nur fünf hast du die nach unten gepackten keller ich habe nur acht stück im inventar willst du hier haben ach so ja wäre cool ich habe nämlich ich kann hier aber auch ins me system machen wo die sind jedoch auf dem tisch na ja noch hier auf dem tisch da liegen wir ja danke da sind sie so und dann gehen wir mal zählen so graue wolle womit kann ich die denn abbauen falls ich das gleiche problem noch mal habe da ist wahrscheinlich mit einer axt nehme ich mal stark an der pick axt meinst du würde sagen ja i'll give it a try so versuchen wir es mal ein stockwerk tiefer zack ignored ignored wie lange geht in die folge noch äh oh 30 sekunden oh da muss ich haben und machen na ja 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 ich versuche das mit dem elevator aber noch mal so das müsste die mitte seien ach ich habe immer angst dabei habe ich ein jetpack ne geht nicht komisch na gut dann sieht man sich wohl morgen wieder und dann versuche ich mal mit dem elevator klar zu kommen und eigentlich wollte ich towncraft machen und ich habe so viele projekte und ich weiß gar nicht wo mir der kopf steht und der turm ist auch noch nicht fertig na gut wir sehen uns morgen reingehauen bis dann tschüss und dann tschüss tschüss tschüss